ich habe schon irgendwas auf der playstation gespielt es war kostenlos wegen ps plus oder keine ahnung ich dachte mir so wir kommen story spielen ich fange an es war kein horror ich habe nach fünf minuten gegoogelt ob es horror ist google hat gesagt es ist kein horror ich hatte es trotzdem mega gruselig darum zu laufen in diesem verlassenen haus es hatte wirklich keine horre elemente aber es war einfach gruselig hier wird noch gedingelst letzter atemzug habe ich schon kontrol volumen weiß nicht ich gucke jetzt erstmal im spiel rein und wie leute das ist ne ach ihr seht ja gar nichts hat ich bin ja so schlau ich zeige ich noch mal das hauptmenü hauptmenü ja eine zarte ist es ist so grau das könnte schon wieder hoch und sein ich trau mich nicht ich war kein horror ich hasse hoch ich kann nur rechts und links laufen okay die soll zusehen du musst nicht das ist ein hörspiel also ich kann nur rechts und links laufen ich kann hüpfen klettern ich habe ich geschafft jetzt mich hinzuknien wie mache ich es rückgängig es gäbe ist das das hier ja er zeigt so ein flyer hin ist es da ich habe aber kein control naja ich kann jetzt runter drücken gott sei dank ich kann sie wieder hoch wachsen lassen so wie komme ich hier wieder weg nein nein tut doch so was nicht ich will doch nur aufstehen helpp ich will doch nur danke darf ich jetzt schwöre darf ich jetzt wieder aufstehen hallo hallo lass das ding los schleicht ich weg gott sei dank man muss übrigens f drücken hier machen hoch ah brücke runter ich glaube sie muss runter so ich f drücke kann ich hier weg juhu hier weg nee das ist jetzt auch blöd ich muss wieder hoch aha f und jetzt f for respect oder so so jetzt lass ich los ah jetzt kann ich hier rüber und da ist noch so ein ding ok 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 guck mal das da unten leuchtet rot so und jetzt die wurzeln runter so eine kleine erklärung wäre schön gewesen in dem spiel klitzekleine welche taste man drücken muss so schon mehr voll nett gewesen oh eine leiter ha ha f ist richtig oh god oh god oh god nein 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 we ich würde mich gerne genauer angucken ich bin wahrscheinlich eine damen aus glanz und mein kopf leuchtet watch dies hab'n knopf gedrückt oh oh god was ist das es hat hände was ich machen darf er wieder gehen wir glauben keine zeit unnötig erklärungen anzubauen interakt um kaputt zu machen zerstören einfach abreißen ist okay das ist vollautomatisierte sicherheitssystem ach das hat das viel gerufen oh gott hat mich angeschrien was ist das ja wie soll ich denn hier durchkommen das frisst mich doch bevor ich das kaputt machen kann das voll widerlich voll widerlich ich soll die zu spät nimm die box kann ich weiter schieben ach ich kann die tür zu machen jetzt verstehe ich das ich wechsle doch zum hörspiel warum so wie ging das mit dem ducken c oder so das ist nicht mehr ach komm ich kann ich irgendwas dahin schieben ach da hinten die kiste kassel 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 die kassel 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 das kassel 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 Weeeeee. Laura macht gleich ins Streamhaus. Hier dafür hat sie ein Talent, ne? Da, wir messen sie auf den Tisch. Oh, da unten ist eine Pflanze. Ach, damit kann ich wahrscheinlich nur die Wurzeln wegmachen. Ach so, damit, ja, kann ich die Wurzeln wegmachen. Oh, nochmal drehen. Na, sehr gut. So, wenn ich da jetzt, okay, lassen wir weiter. Okay, cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Nein, warum lässt du denn nicht los? Warum hast du es wieder angetatscht? Ja, auf damit! Ich muss es nochmal drehen. Weil es mit Spaß macht. Wo staust du mich so an, hä? Als hätte ich hier was getan. Ich hab die Tür nicht zugemacht. So, wenn ich das hier jetzt antautsche. Sag mir, mach das weg. Und mach das weg. Aha. Das ist nicht dafür verantwortlich. Das heißt... Ich tatsche das an. Mache die Wurzel da oben weg und mach die andere wieder hin. Dann komm ich da durch. Stimmt, wie Fenster eingebaut. Ja, klar. Ich bin ja Fensterbauer, hab ich gehört. So. Der ist hoch. Das gruselige Vier kommt bestimmt gleich wieder. Es kommt und will uns wieder fressen. Ich bin bei Laras Fen. Warum steht das auf? Ah. Das Licht da hinten hab ich nicht angemacht. Okay, okay, okay. Ich glaub es war zäh. Oh ja, es war zäh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, es ist wieder da. So. Guck mal, wie er widerlich. Schnell weg. Hat's geschmeckt? Boah, je. Was ist das? Ich bin runtergefallen. Guten Tag, Lara. Na? Willst du wieder hier zum Stream ausmachen? Oder einfach nur zum Chillen? Okay. Da ist ein Hirsch. Wo geht's hier hin? Ein Knopf. Muss. Drücken. Darf nicht. Wo bin ich? Awww. Interagiere. Okay. Ich hab's aufgenommen. Ich muss den OBS legen. Lara lag vor den Untertiteln. Du hast einen Staubwedel vor der Webcam. Gehört, Lara? Du bist ein Staubwedel. Was war das? Was war das? Ah. Ich hab das. Ui, geschafft. Oh je. Oh Gott. Ich muss nicht in den Ventilator fallen. Was passiert, wenn ich in den Ventilator falle? Ich probier's aus. Wee! Glitzer. Ich bestehe aus Glitzer. Ich muss das einfach ausprobieren. Nein! Da hinten ist das Drecksvieh wieder. Ich hab's genau gesehen. Oh Gott. Ich hab's genau gesehen. Oh Gott. Ich will das nicht. So, was kann das? Aha. 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 Okay. Jetzt muss ich da irgendwie hoch. Nee, verdammt. Nee, verdammt. Ist das eine Kiste oder so? Nee, ne? No. Nee. 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 Nee, das ist auch unwindlig. Komm da ja nicht durch. Kann ein hoch. Kann zwei hoch. Das weiß. Aber ich würde überhaupt nichts mitnehmen. Auch nichts. Hm. Hm. Wäre schön, wenn ich's hochfahren könnte, wenn ich, ähm... draufstehe. Bei der Demo müssen sämtliche Ton getestet werden. Was da ist da? Hier schwenkt die Kamera so aus. Warum? Ja. 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 Ich will noch mal ein anderes Ding da. Oh, jetzt läuft jetzt so schön. Ich kann es leider nicht loslassen, während es fährt. Schade. Ich kann es immer noch links und rechts laufen oder hier. Wenn es nicht dauerhaft festhalten müsste, dann würde ich halt einfach rausspringen, ne? Muss irgendwie so bleiben, aber wie komme ich da hoch? Oh, schade. Codierung überlastet. Von wegen. Stell dich nicht so an. Jetzt nicht so anspruchsvoll, nö? Blöder Pizzi. Schade. Ich bin hier. Das ist ein bisschen. Hier ist es ein bisschen. Hier ist es ein bisschen. Der Kodierung ist das Spiel zu Donkey. Ja gut, eventuell. Ja, ich glaube, ich habe noch da irgendwas eingefangen. Ich bleib weg von mir. Ich will das nicht. Egal, was du hast. Schade, passiert nichts, wenn was unten ist. Was heißt, es muss rumbleiben. Lass doch los. Ich könnte so easy da drauf springen, wenn sie es loslassen würde. Mellow. Mello. He don't get it. Das muss ja irgendwie da hoch, weil, 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 ich muss ja da, da, da drauf, aber... Ich kann mich denn da drauf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann voll viel damit pflanzen, aber ich kann nicht an Efeu hochklettern. Ach, komm schon. Du stehst nicht. Ich habe noch eine Idee. Ich will sie wieder runter. Kann ich noch mal sehen. Nein, ich kann hier nichts tun. Oh, okay. Kann ich doppelsprungen oder so? Oh, holst du die, hol dir die Leiter. Nö. Nur noch nicht. Hier haben wir was anderes. Ja, ja, nur. Ja. 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 Ich würde überhaupt nicht Geld schleichen, würde es auch nicht bringen, oder? Ja, Entschuldigung. Das kann ich dazu nicht sagen. Achso, das passiert hier auch nichts anderes. Ja, ich verstehe es nicht. Ja. 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 Ich würde es nicht sagen. Ja. 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 Nö, versteh ich es nicht. So gar nicht. Die Rügel war das da. Da ist Check bereit. Hört aus auf die Rampe. Ähm, wie ist es? Äh, Checkpoint weiter. Ich probiere es aus. Ich glaube, man muss sich das hoch machen. Ich bin da, da rein. Oha! Oha! Du bist so schlau. Ähm. Okay. Mach mal! Ah! Kiste! Schieben! So, jetzt. Jetzt kriegen wir das hin. Na, was machst du denn? Was ist los? Was ist los? Okay. Jetzt das Ding hoch, dann die Kiste zur Leiter und dann, haha. Dankeschön. Loslassen. Okay. Wobei, die Kiste passt da so los. Geh hoch. Juhu! Yeah! Hui! Hui! Tada! Oh no! 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 Ist das nicht kaputt, Mia? vor unten eine kiste vor unten ein schalter oh no ich glaube da hinten war noch das quiche was ist hier was kann das ich glaube ich brauche die küsse dahinten dann nehmen wir sie doch direkt mal mit schieben noch ein schalter wutzeln kaputt es kommt gleich das viel wieder das ist voll eklig was ist das warum ist das rot oh nein das hirschi in Ruhe warum läuft das irgendwie es hat vier Arme und es läuft noch zwei Arme und tritt dann immer mit den Beinen nach vorne das ist voll eklig was ist das für rotes Zeug ich kenne ein anderes Spiel das ist auch so rotes Zeug und das ist nicht so geil Matsch 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 es hat das tötet Hilfe es ist so widerlich es ist einfach widerlich dieses Vieh oh kann ich mich im Matsch ducken bin ich dann noch matschiger ne kann ich nicht wie soll man das machen kannst du den Weg schleichen ich bin nie hier gewesen ich hab Angst das Sumpfmonster oh jetzt auf einmal geht's ich bin ein Ninja ich bin ein Ninja ich verstehe es nicht ach verstehe es nicht schleichen bringt's nicht laufen bringt's nicht muss man mit den Spielerelementen interagieren wie denn ich kann mit nichts interagieren ich muss einfach rennen rennen uuuh ich muss einfach schneller sein oh bald ich lauf doch oh puh es ist zu dumm um durch den Zaun durchzugehen Glück gehabt ich muss einfach schlauer sein als das Vieh und schneller oh so eine große kaputte Stadt ich sehe einen Kran da hinten wie viele von den Viechern gibt's macht nichts ich kann den Chat eh nicht lesen Lara's Füße sind im Weg ich bin nicht da hey zu welchem Tod hast du das hinzugezählt das geht nicht wer weiter oder ist das Schluckauf bei der Menge ist das Schluckauf kein Tod soll ich auch drücken ich sehe das nicht ich schwöre ich sehe das nicht Lara deine Füße sind wirklich im Weg für eine bessere Zukunft sauberes Wasser unweltfreundlich jeder Verwetter ich sehe das da hinten am Fluss wo man es da tut ein giftiger Fluss ich weiß nicht ich glaube es ist tot doch nicht es lebt noch ah hab's überlebt hab schon gewischlistet gerne es ist gruselig es ist cool aber es ist gruselig sehr gruselig das Vieh ist voll eklig ich beende das jetzt ja ich werde bestimmt von diesem Vieh träumen es verfolgt mich in meinen Träumen Dankeschön so jetzt kann ich den Chat verschieben jetzt sehe ich auch den Chat es ist viel zu gruselig oh guck mal ich soll den Knopf drücken oh er hat da ihn gezählt so da geht noch was ich ich sie ich ich Untertitelung des ZDF, 2020